Hi, ein Gipsenbass. Ja, könnte man meinen, es ist ein Gipsen-SG-Design, aber es ist ein Gipsen-Electric-Bass, also Gipsen-E-B, steht für Electric-Bass aus dem Jahre 67. Björn sagte gerade zu mir, Jack Bruce hat den damals zu der Zeit gespielt, so ungefähr jedenfalls. Sehr flach, der Body. Es gibt verschiedene Einstellmöglichkeiten. Ich habe mich gerade für zwei entschieden, die ich euch vorführe. Alles andere ist euer Wir. Und alles Original an dem Instrument, bis auf diesen Pickup, der ist nachgerüstet worden. Okay. Okay. Ciao.